Ohne die Mithilfe unserer Nachbarländer, Österreich, Deutschland, Frankreich, können wir nie zu einer Einigung mit der Europäischen Union kommen. Und wir treiben uns mit einem Nein hier in eine Isolation, die uns in anderen Dossiers fehlen wird. Ja, Sie schütteln jetzt wieder Ihren Kopf, also gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann, nicht? Aber...